Hallo und herzlich willkommen, euer Matze wieder am Start, euer Sensless, noch Sensless, vielleicht würde ich es ändern, aber egal. So, ich will noch schnell das Video fertig machen, ist auch relativ spontan jetzt, das sind so meine ersten Eindrücke nach drei Tagen Arena spielen. Ganz spontan, ohne jetzt hier irgendwie geskriptete Scheiße oder sowas, habe ich gar keine Zeit. Die Weihnachtsgans liegt bei mir im Herd und ich habe auch hier einen Wecker, damit ich immer daran erinnert werde, dass ich runtergucken muss, nicht, dass ich eine Kohle aus dem Herd rausziehe, das wäre fatal. So, ein paar Punkte habe ich mir trotzdem aufgeschrieben. Das Wichtigste sozusagen ist schon mal, es macht übelst viel Spaß, es macht richtig, richtig viel Spaß und ich kann nur hoffen, für alle, die noch nicht freigeschaltet wurden, dass es schnellstmöglich passiert. Und ihr könnt meiner Meinung nach so viel aus Arena mit ins normale Tarkov, sage ich mal, mitnehmen. Das Movement ist ja das Gleiche für alle, die immer so ein bisschen Angst vor PvP hatten im normalen Tarkov, könnt ihr hier üben bis zur Besinnungslosigkeit. Ihr habt die verschiedenen Presets, ihr spielt also mit verschiedener Ausrüstung, die ihr so nie spielen werdet, wie zum Beispiel ich. Ich bin nie ein Freund von Leckmeta gewesen, weil ich irgendwie aus den anderen Schultern auch nur kenne, dass ich halt immer auf Körper oder Kopf schieße. Nie auf Arme oder Beine oder so. Und das konnte ich hier üben und das war geil sozusagen. Wie gesagt, man kann wirklich viel mitnehmen. Davon abgesehen, dass es eh Spaß macht, könnt ihr auch noch viel, viel mit ins normale Tarkov rübernehmen. So, noch zweiter Punkt. Was haben wir noch? Für alle, die noch nicht freigeschaltet wurden, wie gesagt, drücke die Daumen, dass das schnellstmöglichst passiert. Ich gehe mal auch davon aus, dass wenn die Wellen alle durch sind, dass es dann auch hier geweibt wird, dass alles, was du bisher freigespielt hast und erreicht hast, alles wieder auf Null zurückgesetzt wird. Hoffe ich, dass das so ist, dass wir alle eine gleiche Ausgangsbasis haben, obwohl es immer aktuell so ist. Wer viel spielt, hat auch mehr davon, was ja auch okay ist. Ja, ich meine, wenn ich viel arbeiten gehe, möchte ich ja auch belohnt werden dafür. Die Sache ist allerdings die, und das ist die Sache mit dem Ranking und mit den Presets, wie sie aktuell gehandhabt werden, werdet ihr als Neueinsteiger oder als Klassenwechsler, nenne ich es mal, wenn ihr euch sagt, okay, ich habe jetzt den Zweig hier oder den Baum, den ich angefangen habe, von dem Preset freigespielt, jetzt interessiert mich zum Beispiel Marksman oder so. Ihr wechselt zu Marksman, fangt ihr ja wieder ganz oben an. Das ist praktisch, als würdet ihr neu reinkommen. Und ihr kommt dann mit eurer Luschi-Klasse, sozusagen mit eurem Luschi-Preset, wieder in ein Match, wo schon wieder nur die Panzer durch die Arena rollen. So, zu den Presets sage ich, habe ich separat nochmal das schon aufgenommen. Bitte auch nicht so auf die Waagschale legen. Das sind erste Ideen, erste Gedanken, die man so hat, jetzt nach drei Tagen. Ich bin da auch nicht tiefer eingegangen, weil ihr wisst, Weihnachten stand vor der Tür, man hat zu tun, auch jetzt noch. Ich muss den Weihnachtsbaum auch noch schmücken. Frauchen holt Oma ab, egal. So, wo war ich stehen geblieben? Zu den Ranking- und Klassenproblemen sage ich noch was. Jetzt nochmal, schon mal was, trotzdem nochmal so vorneweg. Das Wichtigste ist eigentlich hier die Kohle. Wenn euch nämlich die Kohle ausgeht, seid ihr am Arsch. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte das Experiment mit Bleispender gestern gemacht. Wir sind mal nur mit den freien Klassen reingegangen. Hast du keine Chance. Ohne fünferfeste Fünfergruppe hast du keine Chance. Nicht, dass du keinen umlegen kannst, klar. Aber du musst ja auch gewinnen. Und das ist ja die Sache. Du kriegst nur Kohle, wenn du gewinnst. Kohle. Halt, so wie da machst du immer, ist Geld geil. Also wenigstens in Tarkov. Wenn es schon im echten Leben nicht klappt, aber in Tarkov sollte. Bin ich froh, wenn ich immer ein bisschen Kohle habe. So, generell finde ich das System mit den Klassen und den Presets schon ganz geil. Macht schon Spaß. Was haben wir noch? Wir haben zwei Modi, Shootout und Teamfight. Ich habe auch irgendwie das mit dem Shootout irgendwie immer übersehen. In der Auswahl. Bis Kumpel Kogi gestern gesagt hat, hey, lass uns mal Shootout spielen. Weil ich auch irgendwie unten mit dem Arps-Core-Ratio nicht klargekommen bin. Da habe ich gesagt, wo verdiene ich jetzt hier mehr Punkte im Shootout? Ich habe gedacht, das Shootout passiert. Das sind halt die Schießereien, die du im Gefecht hast, auf der Map sozusagen. Nee, Shootout ist dann halt ein anderer Modus. Spielen drei gegen drei. Hast du vier Teams auf der Map. Macht auch richtig Laune. Die Maps sind kleiner. Sehr viel kleiner. Und die Sache ist natürlich die, was mich geärgert hat. Und dann müssen sie auch nochmal überarbeiten. Das Belohnungssystem. Dann schießt der. Das verstehe ich auch nicht. Wie geht's so? So wurde ich jetzt schon öfters gekillt. Und letztens bin ich auch gesprintet. Weil ich schießen. Boah, Alter. Da holt er erstmal die Piktik-Decke raus. Dann wechselt der erstmal noch Kleingeld. Bevor der anfängt, die scheiß Waffe rauszuholen. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Aber sonst ist mir auch eine Rize. Ey, und der sprintet. Der sprintet, springt. Und drückt in dem Moment direkt ab. Wo ich mir denke, hä? Also, Wahnsinn. Naja, schade. Aber überhin ist Platz 2. Ja, nicht übel. Nicht übel. Jetzt wissen wir ja, wie es funktioniert. Ich meine, uns hätte es auch wie rot ergehen können. Null Punkte. Wir haben einen zweiten Platz belegt. So, dann hat Matze sein Preset gekauft. Für über 100.000 Rubel. So, dann haben wir den zweiten Platz belegt. Und als Belohnung gab es minus 60.000 Rubel. Also, die haben mir mehr als die Hälfte abgezogen von meiner Investition. Und das finde ich scheiße. Wir haben den zweiten Platz belegt. Und das ist schon gar nicht schlecht. Und dafür möchte ich belohnt werden. Ich stelle mir vor, was kriegt der erste Platzierte? Der geht plus minus Null raus, oder was? Der hat einfach nur gewonnen. Auch nichts eingebüßt. Dann hat seine Kohle investiert. Die kriegt er wieder. Und fertig hat sich der Lack. Ich habe die Hälfte, also weniger als die Hälfte zurückgekriegt. Der drittplatzierte verliert wahrscheinlich seinen kompletten Einsatz. Und der vierte, der letzte in der Nahrungskette, muss wahrscheinlich noch Geld mit reinbringen. Ich meine, so wird es nicht sein. Aber das ist kacke. Ich möchte belohnt werden, sozusagen. Für den zweiten Platz möchte ich schon eine Belohnung. Also nicht die volle Belohnung, wie der erstplatzierte, ist ja völlig klar. Aber ich wurde bestraft, sozusagen. Klar, könnt ihr sagen, ja, du hast ja trotzdem noch 40.000 gut gemacht in dem Fall. Aber es fühlt sich nicht so an. Du guckst, am Ende des Spiels steht dann da minus 60.000. Also Minus. Und das ist schon mal negativ. Was ist Negatives? Was in der Psyche sozusagen, ja, ich wurde ja bestraft. Da steht ja ein Minus davor. Aber so, ja, gefällt mir nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Will ich so nicht haben. Meine Meinung, ihr könnt das anders sehen. Ist jedem überlassen. Ich fühle mich nicht belohnt, sozusagen. Für den zweiten Platz hätte ich mir sparen können. Was haben wir noch? Okay, das habe ich erklärt. Wenn man Klasse anfangen möchte. Ja, das habe ich auch. Geld ist wichtig. Gut, mit dem Vibe habe ich auch schon erzählt. Wenn alle Wellen durch sind. Ja, was haben wir dann noch? Was so Kleinigkeiten sind. So Abschusscam. Ist mir persönlich viel zu laut. Ich, wenn, also es ist irgendwie komisch. Im Spiel hörst du nichts. Oder so gut wie nichts. Da sind wir jetzt beim nächsten Punkt. Die Sordins. Ich habe mit dem Tactical Sordins auf. Ich höre nichts. Also bei Erla Lime. Ich kann mich, ich spiele die Sordins eigentlich nicht im normalen Tag auf. Höchstens, ich hebe sie mal irgendwo auf und habe schlechtere. Aber ich konnte da auch, kann mich nicht erinnern, dass ich mit den Dingern nichts gehört habe sozusagen. Aber hier, ich höre einfach wenig. Sehr wenig. Ich kann, ich habe die mal weggeschmissen. Es war kein Unterschied groß zu hören. Also ob ich die nun aufhabe oder wegschmeiße. Hat keinen Unterschied gemacht. Dann die andere Sache ist, manchmal höre ich, hörst du Gegner nicht. Ist mir ein Gegner hinterher gelaufen. Also ich bin um eine Kiste, eine Stapel Kiste, habe geguckt, ob jemand kommt. Kam keiner. Dann kam der aber trotzdem gerannt. In dem Moment, als ich um die Kiste drumherum war, ist er hinter mir her gerannt. Ich habe es nicht gehört. Und er hat mich von hinten erschossen. Ich habe nichts gehört. Passiert vielen so, wie ich es mitkriege habe. Auch Bleispender oder andere sagen halt, die haben es nicht gehört, dass er neben ihnen gelaufen ist oder so. Oder sogar gerannt ist. Anderes Problem. Surfer, ja, soweit recht stabil. Ab und zu bricht man eine Ping ein. Oder du hast halt Packet Losses. Du musst eigentlich die Flagge einnehmen. Oh, danke, dass ich wieder drinnen sein darf. Mit einem 700er Ping. Ja. Komm, hör doch auf. Das ist blöd. Das kotzt mich echt an, sowas. Alter. Das ist doch richtig sinnlos. Zum Glück hatte ich noch nicht ein Disconnect. Also ich bin noch nie aus einem bestehenden aktiven Match rausgeflogen. Ja, das waren, glaube ich, so meine ersten Eindrücke zum Spiel. Wie gesagt, macht richtig mega Laune. Aber an diesem, ja, am Ranking muss irgendwie gearbeitet werden. Also besser gesagt an den Präsenz, dass du ein faireres Match zustande kriegst. So wie es aktuell ist. Es geht nicht. Das wird nichts. Das kannst du nicht machen. Ich meine, ich bin schon ein bisschen schmerzpervers sozusagen. Ich halte das aus. Ich spiele da auch durch. Aber wie gesagt, wenn die Kohle alles, hast du wirklich die Arschkarte. Da kannst du gar nichts mehr machen. Das ist, wenn du, wie gesagt, wenn du kein festes, verlässliches, zuverlässiges Fünferteam hast, kannst du, hier kommst du auf keinen grünen Zweig mehr. Schauen wir uns mal jetzt die Präsenz, da haben wir vorne Rating, was auch immer das bedeutet, habe ich noch nicht so richtig verstanden. Hier scheint man auch was frei zu spielen über ARP. Ich übersetze das mal mit Arena Rating Points oder sowas, nehme ich mal an. Kann ich noch nicht viel sagen, weil ich meistens hier direkt die Klassen spiele. Ich habe angefangen mit Scout. Ich habe dann ab hier mir gedacht, ja Scout, gut und schön, aber die CQP ist irgendwie dann doch geiler, weil dicker gepanzert und mehr Munition. Bin mittlerweile bei Tactical angekommen und habe bei dem schon ein bisschen mehr als die Hälfte erspielt. So, Problem bei der ganzen Sache. Jetzt wird es kompliziert. Ist nämlich, dass diese Klassen oder diese Charaktere, die ihr freispielen könnt, nicht irgendwie an ein Rating gebunden sind, sondern ihr spielt zum Beispiel den hier, bekommt aufs Maul, aber spielt trotzdem XP für den frei sozusagen. Es ist ein bisschen blöd. Ich habe jetzt auch hier nichts gescriptet oder sowas. Ich labere das jetzt hier einfach mal frei aus mir raus. Kann auch sein, dass ich viel Blödsinn dabei erzähle. So, und ihr levelt dann den hier. Die Sache ist eigentlich, dass das Freispielen dieser Klassen oder dieser Charaktere oder dieser Presets nichts mit dem Rating zu tun hat. Also ihr könnt im Rating unten sein, wie wir sehen. Ich bin auch immer weiter runter getroppt. Aber trotzdem, die Klassen freispielen wird zunehmend schwerer sozusagen, das zu erspielen. Dauert dementsprechend lang. Aber wer viel Zeit mitbringt, hat irgendwann mal, ja, hier unten den freigespielt. Sag ich mal, oder den oder was auch immer. So, dann seid ihr am Rating aber trotzdem noch nicht gestiegen. Und ihr rollt mit dem Panzer einfach über die Leute hinweg, die gerade mit sowas hier reinkommen. Weil die im Rating ja auch auf eurer Stufe stehen. Also ich habe bis jetzt noch nicht gemerkt, dass es irgendwie am Level, selbst am Level ist es scheiße, das festzumachen. Weil du levelst ja auch. Du spielst und kriegst Level. So, ich glaube Level, was bin ich jetzt? Level 18 oder sowas. Ähm, hat also auch nichts zu sagen. Du kannst das also, eigentlich kannst du das wirklich nur am Rating festmachen, mit wem du reinkommst. Da aber viele gleich scheiße sind wie ich, äh, kommen die halt immer mit auch Schwächeren in die Gruppe rein. Oder in den Match rein. So, und dann kommst du hier mit so einem Kasper an. Und willst sowas hier erschießen. Gratulation. Das geht gnadenlos in die Hose. Als ich angefangen habe, kam mir schon der entgegen und der. Da war ich Level 5 oder so. Keine Ahnung. Muss ich nochmal im Stream oder meinen Aufnahmen gucken. Ich habe mich nur gewundert, dass hier so ein Gesicht auf einmal auf der Erde lag. Ähm. Da brauchst du dich schon mal nicht wundern. So. Und die spielen ja auch weiter. Verstehst du? Und ich habe jetzt noch nicht viel gespielt. Ich habe es seit Mittwochabend, habe ich es frei, äh, wurde ich freigeschaltet. Konnte ich es spielen. Hab anfänglich ein bisschen so zögerlich. Hatte auch schon fast gar keinen Bock mehr sozusagen. Hab dann mal zwei Stunden so gespielt. Hab jetzt, ja, drei Tage mal wirklich gut gespielt. So Donnerstagabend mit Klaus und Bleispender. Dann waren aber dann die Surfer weg. War also auch wieder nichts. Also wirklich nur gestern, wirklich mal gestern und vorgestern. Genau. Freitag und Samstag. Mal wirklich ordentlich durchgeballert ein paar Stunden. Und das brauchst du auch. Also hier ist auch schon wieder, wer viel spielt, wird belohnt. Ist ja auch richtig so. Wer viel arbeitet, soll auch belohnt werden. Aber dann sind wir immer wieder, ja, hier, bei denen hier unten und bei den Armenwichten hier oben. Und das muss irgendwie anders gemacht werden. Eine erste naive Idee sozusagen wäre, dass man sozusagen das auch ans Rating bindet. Dass du praktisch hier jetzt einen Strich machst. Und ich habe, wie gesagt, ich habe mir das nicht weiter durchdacht. Es ist spontan jetzt, was mir so einfällt. Ich will auch jetzt, ich habe die Weihnachtsgans im Ofen. Ich will jetzt auch hier nicht weiter mich großartig aufhören. Das sind erste spontane Ideen sozusagen, dass man das hier cuttet sozusagen. Ab hier ist Schluss. Hier kannst du nicht weiterspielen. Du kannst nicht den spielen, wenn du immer noch D plus bist oder sowas. Und so weiter. Dann machst du hier den nächsten Cut und dann hier den nächsten Cut. Was ich mir aber schon wünschen würde, ist, dass du, wenn du, sagen wir mal, wir spielen jetzt, hier ist Tactical, hier ist ein Cut. Ich kann selbst, wenn ich Tactical spiele, möchte ich, dass ich trotzdem die XP für den hier weiter bekomme, dass ich den also irgendwann mal freigespielt habe. So. Wenn der dann fertig ist und ich immer noch in diesem Tri oder in diesem Zweig hier spiele, möchte ich, dass die Erfahrungspunkte, die ich dann weiterhin, weil ich ja D plus bin, mit Tactical, weiter meine Erfahrungspunkte, die ich verdiene, in die beiden hier einfließen. Dass ich die irgendwann auch mal freigespielt habe. Und so weiter und so fort. Bis, bis ich irgendwann mal die beiden hier unten habe. Und alles nur mit Tactical freispielen. So. Dann habe ich vielleicht auch irgendwann mal schon mein Rating verbessert. Komme jetzt in die Gruppe, wo ich sage, okay, ich kann jetzt, ja, ist auch blöd, weil die nicht alle immer auf dem gleichen, auf der gleichen Ebene sind sozusagen. Machen wir hier wieder einen Strich. Ich kann jetzt pro Main spielen oder so. Oder von mir aus hier. Muss man sich nochmal genauer überlegen. Dann spiele ich pro Main und habe den schon. Und so sagen, weil ich mich im Rating verbessert habe, kann ich gleich den dann spielen. So. Also, dass du praktisch mit der jeweiligen Klasse oder mit dem jeweiligen Preset das Nachfolgende trotzdem freispielst, obwohl du nicht die selber spielen kannst, weil dein Rating noch nicht passt. So müsste man das irgendwie handhaben, weil so wie es aktuell ist, wird es nichts. Und genau, ich hatte auch, ich war mal ja ganz unten, ich war bei 0,17 am Anfang, KD-mäßig. Ich habe nur aufs Maul, bin gar nicht klargekommen, habe nur aufs Maul bekommen, weil ja auch schon wieder nicht verwunderlich solche Typen hier dann, oder wie vorhin hier mir entgegengekommen sind. So. Da habe ich mich dann durchgequält und hier meine Leute freigespielt. Und mit denen geht es auch gut, habe mich auch wieder auf 0,7 gestern hochgearbeitet, bin jetzt wieder 0,03 Punkte runtergetroppt. Und zwar aus folgendem Grund, weil Bleispender die geile Idee hatte, komm lass uns mal Goodman und Soldi spielen. Ich meine wirklich, war wirklich eine geile Idee. Es ist jetzt nicht ironisch gemeint, sondern war wirklich gut, weil ein anderes großes Problem, man weiß gar nicht, wie man anfangen soll, ist die Kohle. Wenn die Kohle alle ist, kannst du eigentlich das Spiel löschen. Oder du sagst, ich probiere Goodman oder Soldi. Und diesen Umstand haben wir gestern simuliert, Bleispender und ich, sind beide mit Goodman reingegangen und beide mal mit Soldi. Mit Soldi war es so, dass ich keinen Kill geschafft habe, siebenmal aufs Maul bekommen habe, aber sieben Assists hatte. Also ich habe immer gut einen angehittet, aber nie geschafft, ihn umzulegen. Ist wahrscheinlich auch möglich irgendwann mal oder wenn man den richtigen Gegner trifft, dass man vielleicht auch mal einen umlegt. So, mit Goodman hatte ich einen Kill fünfmal aufs Maul gekriegt, einen Assist. So, das waren unsere zwei Versuche. Mehr wollte ich auch nicht machen, weil ich keinen Bock hatte, dass die Scheiße hier noch tiefer runter sinkt. Ich will ja gerade mal ein bisschen auch KD-mäßig mich verbessern. Ist jetzt hier nicht wichtig oder so, aber es ist halt fürs Ego, wenn man so will. So, zurück zum Geld. Wenn das alle ist, bleibt euch nur das hier. Und dann, guten Nacht, Marie. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Was ich mir vielleicht vorstellen kann, was ich mir vielleicht vorstellen kann, ist... Ich warte, ich muss nochmal kurz ausholen. Also Bleispender und ich haben ja hier die zwei Skeps gespielt. Wir waren zu zweit sozusagen mit diesen Luschi-Gruppen, äh, mit diesen Luschi-Charakteren unterwegs. Dann sind wir in das Match reingejoint und haben festgestellt, ey, da ist ja noch einer, der genauso aussieht wie wir. Also waren wir drei Goodmans plus zwei Leute, die die Karre aus der Scheiße ziehen sollten. So, und jetzt komme ich wieder zurück, wo ich gerade wieder unterbrochen hatte. Möglich, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn du eine gute Fünfergruppe hast, dass du sagst, okay, meine Kohle geht zur Neige, beim anderen auch und so weiter und beim dritten auch noch. Aber, dass du sagst, wir wechseln uns ab. Der eine geht mit Goodman rein oder mit Zolli, was auch immer, tot und Teufel. So, und die anderen vier versuchen die Karre aus dem Dreck zu ziehen, dass du am Ende Kohle kriegst. So, dann wechselt der Nächste zu seinem Scaf, will auch ein bisschen Kohle noch verdienen und so weiter. Und bis, bis jeder wieder ein bisschen Kohle drin hat. Das wäre möglich. Aber wenn du Random spielst, Solo spielst und keine Kohle mehr hast, hast du meiner Meinung nach, wann ich das so jetzt nach drei Tagen zocken sagen kann, die Arschkarte. Ich weiß nicht, was MP bedeutet, Manpower oder was, ich weiß es nicht. Also man sieht ja auch, die werden immer stärker sozusagen, sehen wir auch hier ganz deutlich, dass du vielleicht das an der Manpower festmachst. Ja, aber da ist das Kind ja aber eigentlich auch schon in den Brunnen gefallen. Du hast ja das Matchmaking, du suchst die Gruppe zusammen. Dann würfelst du deine Map aus, aus deiner Auswahl sozusagen, auf die Map, auf der dann gespielt wird. Und erst dann entscheidest du ja, wen nehme ich jetzt? Du müsstest eigentlich sozusagen, wenn du es nach Bleispenders Ansatz machen möchtest, vorher schon entscheiden, mit wem du spielst, mit welchem Charakter. Um dann mit Leuten gematcht zu werden, die ungefähr die gleiche Manpower haben wie du. Das wäre auch ein Ansatz. Ein Kritikpunkt ist aber auch, wenn wir gerade hier dabei sind bei den Präsets, du kannst es nicht im Match wechseln. Das ist, wenn ich bei COD sage, okay, die Waffe, ich komme jetzt auf der Map mit dieser Waffe und dieser Lobby jetzt nicht klar, nehme ich meine andere Waffe, weil ich ein paar Kills machen will und scheiße jetzt drauf, auf die Waffe hochzuleveln, so zum Beispiel. Da kann ich halt freie Waffenwahl auch im Match selbst noch treffen. Geht hier ja dann nicht. Geht hier ja jetzt auch schon nicht. Also wenn du sagst, oh, die Sniper, die ich gerade gewählt habe, liegt mir nicht. Ich würde gerne mal ein anderes Präset jetzt spielen, im Rest des Matches ist nicht drin. Einmal gewählt, immer gewählt. Finde ich auch nicht so toll. Aber was will man machen? Ich kann damit leben. Auf alle Fälle finde ich es eigentlich schon recht geil und recht interessant, mit den Präsets zu spielen. Also die Idee gefällt mir schon ganz gut. Gut, auch mit dem Freischalten, ich bin ja sowieso so ein Leveltyp. Also ich muss immer das Gefühl haben, es passiert irgendwas. So, ich glaube, ich habe nicht allzu viel Scheiße erzählt, ich hoffe es. Und wie gesagt, wünsche allen schnellstmögliche Freischaltungen und vor allen Dingen jetzt erstmal schöne Weihnachtsfeiertage im Kreis eurer Lieben. Genießt die Zeit. Ich persönlich bin ein absoluter Weihnachtsfan. Das ist der einzige Feiertag oder der einzige Zeitpunkt im Jahr, der mich wirklich, für den ich, naja, brenne ist zu viel, aber den ich wirklich geil finde. Also meinen Geburtstag finde ich scheiße, Wallendienstag finde ich auch scheiße. Männertag, ja, ist auch die Zeit, ist abgefahren. Ich habe in meiner Jugend mal mit den Kumpels um die Häuser gezogen oder so. Jetzt auch irgendwie Müll, keine Ahnung. Aber Weihnachten und Silvester ist schon geil. So eine geile Zeit. So, ich hoffe, ihr genießt sie. Bleibt alle gesund. Ich hoffe, die Geschenke, die ihr bekommt, passen. Und ein Geschenk sollte wahrscheinlich dann auch für viele dann nochmal endlich die Erlaubnis sein, dass sie endlich mal Tagov spielen können. Gut, Matze, genug gequatscht. Dummes Zeug. So, ich drücke euch die Daumen. Bis dahin. Wir sehen uns. Tschüssi. Tschüssi.